Los geht's! Ach so, das läuft schon. Ja, das finde ich auch gut. Ja, dann auf ein schönes Jahr. Obwohl, nein, das ist Quatsch. What made in Australia? Sehr freaky. Oh, erster Test. Der Zulauf zu unseren Online-Formaten hat sich auch in diesem Jahr noch einmal... Ey. Fröhliche Weihnachten und bis zum nächsten Jahr. Oder hört sich das zu flapsig an? Oder einfach nur einen guten Rutsch? Ich weiß nicht, wie lange du das haben willst. Vielleicht ist es flapsig auf deiner Art. Natürlich auf deiner Art. Warum bin ich da jetzt auch immer dran? Ich bin der Zweite. Fröhliche Weihnachten und bis zum nächsten Jahr. Auch von mir. Schöne Weihnachten. Habt schöne Tage. Bis zum nächsten Jahr. Ach. Entschuldigung. Ach je. Entschuldigung. Was könnten wir noch tolle Weihnachts-Outtakes machen? Nein, die macht man ja nicht, Lukas. Die passieren einfach. Ja, aber dann müsste ich irgendwas haben, wo ich mich halt verspreche bei. Damit's ein Outtake wird. Lukas, vielleicht kriegen wir einfach keine Outtakes. Ah. Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest mit Ihren Liebsten, Ihrer Familie und wem alle... Schöne Feiertage. Habt ihr vergessen, der Nummer zwei ist? Nee, ich wusste das, aber ich wollte gucken, wie Maria guckt. Deswegen... Ich wünsche Ihnen... Äh... Ja, F***. Auch von mir ganz liebe Weihnachtsgrüße und ähm... Okay, nochmal. Genau. Ja. Auch von mir... Oh shit. Hallo liebe Mitglieder. Du darfst nicht lachen, das ist nicht fair. Ich sollte nicht auf den Vukuhilo-Kalender schauen. Ich glaube, ich hab gerade gewirrt, oder? Also mit wir und ich... Oder ich? Ah, F***. Ähm, egal. Okay, Moment. Ich muss mal takern. Läuft die Kamera noch? Läuft die, gerne. Okay, ja, blöd. Alter. Schöne Feiertage. Frohe Weihnachten. Leckeres Essen. Wir fangen nochmal an. Wir wollen nicht so gucken. Dann mach ich mir lieber einen schönen Weihnachtshintergrund an. Doch, guck mal rein. Wie macht der Weihnachtsmann? Heu, weu, weu. Super. Geh mal hier runter. Out. Ab mit dir. Ups, warte. Okay, nochmal. Wir haben's, oder? Yes. Was? Wisst ihr, ich hätte mir auch eine Sonnenbrille machen sollen. Ja, war wirklich cool. Oh mein. Okay. Mal. Tolly. No. 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 Vielen Dank.